Sie hören, alles ist schwer, bevor es leicht ist. Wie Lernen gelingt. Von Caroline von Saint-Ange. Gelesen von Charlotte Puder und der Autorin. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Einleitung mit Endgegner. Viele Menschen, die zum ersten Mal hören, dass ich als Lerncoach arbeite, denken sich sicherlich, um Himmels Willen, was braucht es denn noch alles? Lerncoach. Früher, da sind wir einfach in die Schule gegangen und haben unsere Hausaufgaben gemacht. Und es hat wunderbar funktioniert. Heute benötigen Kinder schon zum Lernen einen Coach. Interessanterweise denken diese Menschen das lediglich bis zu exakt dem Punkt, an dem sie auf ihren Endgegner treffen. Endgegner, so nenne ich augenzwinkernd die Kinder, die nicht einfach zur Schule gehen und nicht einfach ihre Hausaufgaben machen. Kinder, die wüten, lügen, schreien, schimpfen, Stifte werfen und sich allem, was mit der Schule zu tun hat, einfach entziehen. Kinder, denen es schwer fällt, in der Schule mitzukommen oder die zutiefst gelangweilt dort sitzen, ständig stören und nicht einsehen wollen, dass sie genau heute genau diesen Stoff lernen müssen. Kinder, die ihre Aufgaben ständig aufschieben oder immer nur genau so viel machen, dass sie gerade noch knapp versetzt werden. Kinder, die andere Lernmethoden bräuchten. Von diesen Kindern gibt es erstaunlich viele. Mit ihnen, ihnen muss man anders umgehen. Dieses Anders vermittelt das Lerncoaching. Kinder profitieren enorm davon. In der Regel sind Lehrpersonen und Eltern bass erstaunt, wie viel sich in kurzer Zeit verbessern lässt. Ohne allzu große Mühe und mit zunehmendem Spaß. Das ist mein Versprechen an alle Eltern, Lehrkräfte und natürlich vor allem an die Kinder. Wir haben heute eine neue Generation von Kindern. Kinder, die so erzogen wurden, dass sie entscheiden durften. Möchtest du heute den gelben oder den roten Pulli anziehen. Kinder, denen beigebracht wurde, dass sie über ihren Körper selbst verfügen dürfen. Du musst Onkel Martin nicht küssen. Und du musst nicht aufessen, wenn du keinen Hunger mehr hast. Kinder, die am Abendessenstisch mitreden dürfen. Gewalt, ein autoritärer Stil und disziplinarische Härte in der Erziehung nehmen stetig ab. Gleichzeitig wachsen demokratische Familienmodelle, in denen die Bedürfnisse aller mitgedacht werden. Ich befürworte diesen Wandel und bin überzeugt, dass er richtig ist. Kinder mit Respekt zu behandeln, Kindern im Rahmen ihrer altersgemäßen Möglichkeiten eine Wahl zu lassen, die Grenzen von Kindern zu achten, das finde ich gut. Gleichzeitig entstehen durch diese Erziehung kleine autonome Persönlichkeiten. Und diese Persönlichkeiten kommen dann mit sechs Jahren in die Schule. Eine Schule, die fast immer noch genauso funktioniert wie Jahrzehnte zuvor. Hier ist der Stoff. Ich bin die Lehrkraft. Du musst XYZ jetzt und heute lernen. In drei Wochen schreiben wir einen Test. Wenn du es bis dahin nicht kannst, bekommst du eine 6. Heute Nachmittag machst du deinem Buch auf Seite 67 Nummer 3 und 4. Aber bitte ordentlich und ins rote Heft. Diese autoritäre Art zu unterrichten, ist verständlich. Denn wir alle haben es nicht anders erlebt und denken, Schule könne nur genau so funktionieren. Wie soll man denn sonst etwas lernen? Und wie sonst soll man Leistung messen? Für viele Kinder funktioniert dieses System auch noch. Aber eben nicht mehr für die Endgegner-Kinder. Die Endgegner-Kids sind autonom, haben einen starken Willen, hinterfragen, sind es gewohnt zu entscheiden, wollen die Gründe hinter ihren Arbeitsanweisungen verstehen. Sie lernen nicht, weil ihnen jemand das sagt. Sie lernen, weil sie verstehen, warum sie etwas lernen müssen. Sie wollen Sinn. In der Erwachsenenwelt würde man Purpose dazu sagen. Sie wollen echte Motivation. Und wenn sie in der 5. Klasse im Biologieunterricht die Organe der Weinbergschnecke lernen sollen, fragen sie berechtigterweise, warum? Was hat das mit mir zu tun? Mit diesen Kindern müssen wir anders umgehen. Ich bekomme jeden Tag hunderte Nachrichten. Etwa 40 davon haben diesen Wort laut. Liebe Carolin, kannst du mir vielleicht helfen? Ich weiß nicht mehr weiter.